Wir kommen zu einem letzten Blick über den Tellerrand und das ist dieses Mal quasi ein Rückblick über den Tellerrand, denn ich spreche mit euch oder möchte euch was erzählen über die ISO 9241 und zwar den Teil 110, also die Grundsätze der Dialoggestaltung. Das Thema hatten wir ja schon quasi ganz zu Beginn, gleich in der ersten Vorlesungswoche war das ja Thema und ich möchte jetzt mit dem Blick, den wir ja jetzt haben, nochmal drauf zurückkommen. Was waren das für sieben Grundsätze? Diese waren es hier. Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Erwartungskonformität, Lernförderlichkeit, Steuerbarkeit, Fehlertoleranz und Individualisierbarkeit und die Kritik war ja schon zu Beginn, dass hier in diesen Grundsätzen viele Aspekte der Gestaltung zusammengeworfen werden. Das liegt daran, auf der Art und Weise, wie das entstanden ist. Also man sammelt einfach ganz viele Fehler, ganz viele Fehlerbeschreibungen, Probleme in der Gestaltung sammelt man, dann hat man einen großen Stapelzettel und dann machen wir Clustering und sagen, ja diese gehören zusammen, diese gehören zusammen, die gehören zusammen und dann kommen wir zu diesen sieben Grundsätzen der Dialoggestaltung hier. Und was da natürlich passiert ist, dass Dinge zusammengeclustert werden, die zwar unter einen Begriff passen, aber die inhaltlich doch extrem unterschiedlich sind. Und am besten klar machen kann man sich das bei der Fehlertoleranz, aber das werden wir gleich auch nochmal genauer sehen. Und eine Problematik, vor allen Dingen im Zusammenhang mit unserer Überlegung, ist hier, dass Konflikte zwischen diesen Grundsätzen zwar erwähnt werden, es steht da drin, ja man kann nicht alle diese Grundsätze immer gleichermaßen anwenden, aber sie werden nicht genauer betrachtet und vor allen Dingen werden sie auch nicht produktiv genutzt. Und unser Ergonomieansatz, der basierte gerade auf diesen Designkonflikten und die Auflösung dieser Konflikte, darin bestanden dann gerade die Techniken, die eingesetzt werden. Und das ist natürlich ein wichtiger Unterschied an dieser Stelle. Plus, dass wir unsere ganzen Forderungen abgeleitet haben aus theoretisch-konzeptuellen Überlegungen vorher und nicht nur aus Fehlersammlungen, also wir haben das Ganze auf ein anderes Fundament gestellt, eins von dem wir behaupten, dass es für die aktive Gestaltung produktiver ist. Gehen wir diese Grundsätze doch noch einmal durch und schauen mal, was aus denen eigentlich so wird, wenn man die unter unserem Gesichtspunkt, mit unserer Brille quasi betrachtet. Und ich beginne mit der Aufgabenangemessenheit. Ich lese noch einmal die Definition vor. Ein interaktives System ist Aufgabenangemessen, wenn es den Benutzer unterstützt, seine Arbeitsaufgabe zu erledigen. Das heißt, wenn Funktionalität und Dialog auf den charakteristischen Eigenschaften der Arbeitsaufgabe basieren, anstatt auf der zur Aufgabenerledigung eingesetzten Technologie. Das ist ein Kriterium, ein Grundsatz, der sehr zentral steht in der ganzen ISO 9241 und auch hier sehr plausibel ist. Wir haben uns allerdings mit ihm wenig beschäftigt, denn das ist in unserer Trennung nicht Ergonomie, sondern Gebrauchstauglichkeit. Und deswegen haben wir relativ wenig Aufgabenangemessenheit. Allenfalls da, wo wir über Konformität zu Arbeitsaufgaben gesprochen haben. Aber da ging es ja mehr dazu, was man vielleicht lassen sollte, anstatt dass wir eine Aufgabenangemessenheit in diesem Sinne wirklich betrachtet hätten. Gehen wir zu den anderen. Wie sieht es aus mit der Selbstbeschreibungsfähigkeit? Selbstbeschreibungsfähigkeit ist da definiert als ein Dialog ist in dem Maße selbstbeschreibungsfähig, in dem für den Benutzer zu jeder Zeit offensichtlich ist, in welchem Dialog, an welcher Stelle im Dialog er sich befindet, welche Handlungen vorgenommen werden können und wie diese ausgeführt werden können. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, die dann genannt werden, die zum einen die konkrete Darstellung des Anwendungszustandes betreffen und zum anderen Beschriftungen und Erläuterungen. Solche Punkte haben wir auch und wir haben sie unter Differenziertheit und Erschließbarkeit in erster Linie besprochen. Das heißt, in diesem Sinne ist die Selbstbeschreibungsfähigkeit auch etwas, was wir bei uns in unserem Ergonomieansatz wiederfinden. Allerdings sind die Designhinweise, die hier gegeben werden, weit weniger konkret als die, die wir haben. Also hier stehen so allgemeine Dinge wie, während der Interaktion mit dem System sollte die Notwendigkeit, Benutzerhandbücher und andere externe Informationen heranzuziehen, minimiert sein. Das ist so eine schwierige Sache, weil man weiß nicht, wie, was soll denn das bedeuten. Oder Dialoge sollten so gestaltet sein, dass die Interaktion für den Benutzer offensichtlich ist. Das ist so ein Spruch der Art, wie gestalte ich einen guten Roman, er muss spannend sein. Das hilft leider keinem. Ich kann am Ende sagen, es ist nicht offensichtlich, check oder beziehungsweise nicht check in dem Fall. Aber ich kann nicht sagen, gestalte doch gefälligst offensichtlich. Das ist keine wirklich hilfreiche Angabe an dieser Stelle. Trotzdem gehen wir mal in den Haken, weil die grundsätzliche Intention bei uns auch so vorkommt und man das auch unter dem Begriff Selbstbeschreibungsfähigkeit eigentlich, finde ich, ganz gut verkaufen kann. Wie sieht es aus mit der Erwartungskonformität? Da steht drin, ein Dialog ist erwartungskonform, wenn er den aus dem Nutzungskontext heraus vorhersehbaren Benutzerbelangen sowie allgemein anerkannten Konventionen entspricht. Ja, jetzt haben wir hier ein gewisses Problem. Denn wir haben zum einen, dass da steht, dass es den aus dem Nutzungskontext vorhersehbaren Benutzerbelangen entspricht. Dann kann man aber sagen, naja, dann hätte es auch unter die Aufgabenangemessenheit schon gepasst. Dann weiß ich nicht, warum das jetzt Erwartungskonformität ist beziehungsweise wie irgendeine Verletzung der Aufgabenangemessenheit nicht auch eine Verletzung der Erwartungskonformität dann sein könnte. Das scheint dann einherzugehen. Und übrig bleiben dann die Konsistenz und die allgemein anerkannten Konventionen. Und die haben wir tatsächlich behandelt unter interner Konsistenz und unter Konformität. Das heißt, wir haben hier größtenteils einen Haken für diesen unteren Teil, interne Konsistenz und Konformität. Aber für den Bereich mit der Aufgabenangemessenheit, also wo wir sagen, hier aus dem Nutzungskontext heraus vorhersehbare Benutzerbelange, da würden wir auf die Aufgabenangemessenheit eben verweisen und sagen, das ist hier nicht trennscharf und auch nicht sinnvoll, das hier nochmal aufzuführen. Dann kommen wir zur Lernförderlichkeit. Nach ISO 9241 definiert als, ein Dialog ist lernförderlich, wenn er den Benutzern beim Erlernen der Nutzung des interaktiven Systems unterstützt und anleitet. Okay, das ist sehr allgemein gehalten, wenn man das so liest. Und wenn man sich dann Beispiele anguckt, dann kann man diese Beispiele alle woanders unterbringen. Also nehmen wir mal das erste Beispiel. Eine Software zum Scannen zeigt die verschiedenen Schritte, einschließlich ihrer Reihenfolge und der Zusammenhänge, um Papierdokumente einzuscannen und diese in elektronische Textdateien umzuwandeln. Und es zeigt den aktuellen Schritt an, in dem sich der Benutzer gerade befindet. Das passt genau auf die vorhergegebene Definition von Selbstbeschreibungsfähigkeit, dass ich sehe, wo ich mich gerade befinde und wie das die Dinge auch entsprechend beschriftet sind. Das genau war da Inhalt des Ganzen. Anderes Beispiel. Ein Softwarepaket für das Scannen von Dokumenten stellt eine Schaltfläche Scannen zur Verfügung, die es dem Benutzer erlaubt, ohne notwendige Konfigurationen durch den Benutzer ein Dokument zu scannen, indem es sinnvoll voreingestellte Werte für alle Konfigurationsmöglichkeiten verwendet. Sinnvoll voreingestellte Werte hat wieder was mit der Aufgabe zu tun, denn sonst kann ich gar nicht sagen, was sinnvoll voreingestellt ist. Da sind wir also wieder bei der Aufgabenkonformität. Also können wir beide Beispiele schon mal wegsortieren. Und es fällt dann auf, wenn man das mir allgemein anguckt, dass wir sie, wenn wir sie nicht unter Aufgabenangemessenheit einsortieren, sie alle zur Selbstbeschreibungsfähigkeit packen können. Und ein Unterschied zwischen Selbstbeschreibungsfähigkeit, also ich kann sehen, wo ich bin und was möglich ist. Und Lernförderlichkeit, ich kann sehen, was es alles gibt und was möglich ist, kann man gar nicht aufmachen. Also die Lernförderlichkeit ist meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, ein Kriterium, das es nicht braucht, was man einfach auflösen kann in die anderen. Gucken wir mal, wie es aussieht mit der Steuerbarkeit. Steuerbarkeit steht geschrieben, ein Dialog ist steuerbar, wenn der Benutzer in der Lage ist, den Dialogablauf zu starten, sowie seine Richtung und Geschwindigkeit zu beeinflussen, bis das Ziel erreicht ist. Das zieht natürlich ab auf ganz interessante Aspekte, wie die Vermeidung von Zeitdruck durch das System. Ich soll mich also nicht dem System anpassen, sondern das System sich mir oder ich soll das System entsprechend anpassen können. Ich soll nicht in Sackgassen laufen und so weiter und so fort. Das haben wir alles behandelt. Das geht bei uns in der Beeinflussbarkeit und in der Eingabesicherheit auf. Da finden wir entsprechende Punkte drin, die diese Sachen beinhalten. Dann gibt es wieder ganz viel, was der Aufgabenangemessenheit zugeordnet werden kann. Das ist irgendwie ein Phänomen, das stellen wir die ganze Zeit fest. Hier steht zum Beispiel, ein Telefon, das die Telefonnummer eines ankommenden Rufs zeigt, bietet die Möglichkeit, diese Nummer gemeinsam mit dem Namen des Anrufers direkt dem Telefonverzeichnis hinzuzufügen. Ja, das ist eine Abkürzung, die hier angegeben ist. Und die ist natürlich nur dann sinnvoll zu definieren, wenn wir die Aufgabe untersucht haben. Wir könnten sie bei uns allerdings auch finden, wenn wir uns unter Eingabeminimalität das überlegen. Also wir haben unter Eingabeminimalität ja gesagt, häufig benutzte Nebenfunktionen anzubieten. Und da könnten wir das drunter fassen. Erstaunlich finde ich, dass es hier unter Steuerbarkeit auch Beispiele gibt, die eigentlich in Richtung Individualisierbarkeit gehen. Beispiele hier. Wenn es für die Arbeitsaufgabe zweckmäßig ist, sollte der Benutzer voreingestellte Werte ändern können. Der Nutzer sollte Werte ändern können. Individualisierbarkeit. In einer E-Mail-Anwendung kann die voreingestellte Stelle für die Ablage von Anhängen entsprechend den Benutzerbedürfnissen geändert werden. Individualisierbarkeit. Warum steht das auch noch unter Steuerbarkeit? Was haben wir jetzt also wieder? Wir haben unten einen Teil, den können wir wegsortieren, zur Aufgabenangemessenheit. Und einen anderen Teil oben, wo wir sagen, ja, das haben wir auch behandelt, und zwar unter Beeinflussbarkeit und unter Eingabesicherheit. Das heißt, wir haben hier so eine Art gemischtes Gefühl. Gut, okay. Das bleibt also ein Teil über. Dann haben wir die Fehlertoleranz. Das ist meiner Meinung nach das kritischste aller dieser Grundsätze, der kritischste aller dieser Grundsätze. Ein Dialog ist fehlertolerant, wenn das beabsichtigte Arbeitsergebnis trotz erkennbar fehlerhafter Eingaben entweder mit keinem oder mit minimalem Korrekturaufwands seitens des Benutzers erreicht werden kann. Fehlertoleranz wird mit den Mitteln erreicht, Fehlererkennung und Vermeidung, Fehlerkorrektur oder Fehlermanagement, um mit Fehlern umgehen zu können, die sich ereignen. Ich habe es etwas anders vorgelesen, als es da steht, aber ihr habt den Inhalt des Ganzen, denke ich, erfasst. Das Problem hier ist, dass wirklich ein ganz großer Strauß an Dingen hineingenommen werden, die alle Fehler genannt werden. Und am stärksten merkt man das daran, dass halt Bereiche aus dem Inhalt und Bereiche aus der Nutzung zusammengeworfen werden. Also, dass ich in ein Eingabefeld, in das ich zum Beispiel eine Randgröße eintragen soll, irgendwelche Werte reinschreibe mit Leerzeichen dazwischen. Das ist das eine. Oder dass ich vielleicht Buchstaben da reinschreibe, dass das entsprechend behandelt werden soll. Das steht da drin. Gut, da haben wir die Sache, dass wir über Rückmeldungen sprechen müssen oder dass wir das automatisch behandeln können. Das haben wir dann unter Heterogenität behandelt. Aber auch solche Dinge wie, ich schreibe in einer Textverarbeitung etwas falsch und dann gibt es eine Funktion in der Textverarbeitung, die das korrigiert oder die das anmahnt. Das wurde auch unter Fehlertoleranz behandelt. Das heißt, es wurden aus ganz verschiedenen Bereichen Sachen als Fehlertoleranz bezeichnet. Mir ist es tatsächlich vor Jahren mal passiert, da hatte ich über diese Dinge zwar gesprochen, aber hatte mir nicht alle Beispiele so genau angeguckt. Und dann hatte jemand tatsächlich als Beispiel genau diese Rechtschreibkorrektur aufgeschrieben. Und ich habe das glatt als falsch angestrichen, weil ich habe gesagt, eine Funktion, die Fehler anstreicht, ist doch keine Fehleingabe gewesen im User Interface Sinne dieser Fehler, den ich da gemacht habe. Das kann man doch so nicht sagen. Aber das Beispiel steht da drin, da war ich sehr überrascht, dass da wirklich so breit das Ganze aufgestellt wird. Und problematisch dann auch noch für uns diese Sache mit dem automatischen Korrigieren. Wenn ein Fehler automatisch korrigiert werden kann, dann ist er kein Fehler. Dann ist er einfach nur eine andere Art und Weise der Eingabe. Das heißt, die Fehlertoleranz, die können wir komplett auseinandernehmen, die braucht es hier so nicht. Kommen wir zur Individualisierbarkeit. Ein Dialog ist individualisierbar, wenn Benutzer die Mensch-System-Interaktion und die Darstellung von Informationen ändern können, um diese an ihre individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse anzupassen. Das ist schön, das haben wir auch. Bei uns haben wir es nur noch aufgeteilt in zwei Teile, nämlich einmal in die Anpassbarkeit, wir passen an, und Heterogenität, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt nämlich viele Beispiele da drin, die sich darunter finden, die zur Heterogenität passen. Die passen aber eigentlich nicht zu dieser Beschreibung, die da steht. Die Beschreibung geht eigentlich nur in Richtung Anpassbarkeit. Aber beide Sachen kommen vor und wir haben es auch als zwei getrennte Forderungen besprochen. Aber die Individualisierbarkeit, die kann bleiben. So, was haben wir jetzt? Jetzt fassen wir nochmal zusammen. Sind wir alle sieben durchgegangen? Aufgabenangemessenheit ist gut. Aufgabenangemessenheit behalten wir. Ist etwas, was wir auch nicht so intensiv gemacht haben, was man auf jeden Fall zusätzlich machen muss. Die Selbstbeschreibungsfähigkeit ist bei uns konkreter gefasst unter Erschließbarkeit und unter Differenziertheit und nicht ganz so allgemein wie hier unter Selbstbeschreibungsfähigkeit, wo man unter den Hinweisen nicht viel verstehen kann. Die Erwartungskonformität ist bei uns interne Konsistenz, Heterogenität und ansonsten eine ganze Menge Aufgabenangemessenheit. Die können wir also durchaus auch so akzeptieren. Die Lernförderlichkeit kann komplett unter die Selbstbeschreibungsfähigkeit fallen oder unter die Aufgabenangemessenheit. Diese beiden Möglichkeiten gibt es da. Wir haben nichts, was da drin übrig bleibt. Die Steuerbarkeit ist teilweise Aufgabenangemessenheit und Individualisierbarkeit. Den Rest haben wir unter Beeinflussbarkeit. Also Teile davon werden behalten, Teile davon kommen bei uns vor und ein Teil geht unter die Aufgabenangemessenheit. Fehlertoleranz können wir komplett wegwerfen, denn sie kann komplett aufgelöst werden in diese anderen Kriterien, bei uns in Heterogenität, also was hier Individualisierbarkeit heißt und der Rest ist Differenziertheit und Erschließbarkeit. Es gibt also gar keine Notwendigkeit für eine solche Fehlertoleranz. So plausibel das auch erstmal klingen mag, dass man tolerant Fehleingaben gegenüber sein sollte. Ja, soll man, aber dafür haben wir schon entsprechende Forderungen und auch selbst hier in diesem Bereich gibt es bereits andere Bereiche, in denen man sie unterbringen kann. Unter anderem die Individualisierbarkeit, die wir etwas weiter ausgefeiert haben in Heterogenität und Anpassbarkeit. Okay, jetzt haben wir also einmal nochmal die ISO 9241-110, also die Grundsätze der Dialoggestaltung abgeklappert. Warum? Ja, zum einen wäre es jetzt blöd, wenn jetzt ganz viele Sachen hier aufgetaucht werden, die bei uns alle fehlen. Tun sie nicht, nur die Aufgabenangemessenheit und das war eine Einschränkung, die wir von vornherein gemacht haben. Und wir haben die Inhalte, die drin sind, auf unsere Inhalte beziehen können, sind aber sehr der Meinung, dass unsere Aufteilung, unsere Begründung besser ist und handlungsleitender ist, zumindest wenn ihr euch die ganze Vorlesung angehört habt. Und wir stellen auch fest, dass hier ganz, ganz viel fehlt. Denn zu so etwas wie, wie sehen Objekte am Bildschirm aus, wie ordne ich Objekte am Bildschirm an, mache ich eine Rückmeldung lokal und unmittelbar. Dazu steht jetzt hier so erstmal direkt nichts. Es kommt allenfalls in irgendeinem der Beispiele mal vor, aber dann ist man darauf angewiesen, dass man die Beispiele kennt oder sehr viele Beispiele kennt und ist wieder nicht in so einem Bereich, wo man sagt, wir haben bestimmte Forderungen, die allgemein gelten, die man allgemein begründen kann und die man konstruktiv anwenden kann und deren Konflikte untereinander vor allen Dingen wieder konstruktiv sind und wieder zu technischen Lösungen in diesem Kontext werden können. Und das haben wir eben mit unserem Ansatz, zumindest unserer Meinung, besser geschafft. Das war der letzte Blick über den Tellerrand und das war auch das letzte inhaltlich Neue, was hier in dieser Vorlesung erzählt werden soll. Ich danke euch an dieser Stelle sehr für die Aufmerksamkeit. Egal, wo ihr zugeguckt habt, ob ihr auf YouTube den Kanal euch angeguckt habt oder ob ihr an der Vorlesung Gestaltung von Nutzungsschnittstellen teilnehmt. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und ihr nehmt was daraus mit, auch über die Klausur hinaus, dass es nicht nur ein Bulimie lernen wird, sondern dass viele diese Dinge hängen bleiben. Das ist eine Sache, die haben wir häufig festgestellt, dass Studierende häufig währenddessen gesagt haben, es ist ja sowieso irgendwie alles klar, ist ja alles kein Problem, dann sich manchmal ein bisschen schwer damit taten, wenn sie dann tatsächlich Zusammenhänge erklären sollen und das ist ja hier wichtig. Aber viele kommen dann nach Jahren auf einmal auf uns zu und sagen dann, ach, was hat mir doch die Reduzierung erzwungener Sequentialität an der Stelle gebracht und ich weiß doch noch, Lokalität der Rückmeldung, ganz wichtig und hier ist es wieder nicht. Viele sagen vor allen Dingen auch, seitdem sie diese Vorlesung gehört haben, können sie sich keine Programme mehr normal angucken, weil sie beim User Interface der Programme immer diese ganzen Forderungen im Hinterkopf haben und dann merken, das ist hier nicht richtig, das ist hier nicht richtig, hier könnte man das machen, hier könnte man das besser machen. Das ist so ein Effekt, den man hat, wenn man sich einmal so intensiv und vor allen Dingen auch so schematisch und mit einer solchen Grundlage über diese Dinge Gedanken gemacht hat. Und ich hoffe, ihr habt das in dieser Vorlesung getan. Es folgt noch ein weiteres Video oder vielleicht werde ich auch mehrere Videos daraus machen. für die Zusammenfassung des Ganzen. Da geht es dann darum, welche Inhalte sollte man für die Klausur wissen. Die werde ich noch mal zusätzlich zusammenfassen. Das ist für Leute, die so nur einen Überblick haben wollen, vielleicht auch noch mal ganz interessant, wenn man dann alles noch mal rekapitulieren kann. Bis dahin aber erstmal vielen Dank und man sieht sich bestimmt bei anderer Gelegenheit an der Universität Paderborn oder wo auch immer man sich antreffen sollte.